so wunderschönen guten abend meine lieben und herzlich willkommen zu einem erneuten update video zu bitcoin und ethereum zum dritten heute und deswegen leben ja auch gleich los mit der cryptoanalyse bitcoin übergeordnet vier stunden time frame wir hatten heute den push hier nach oben gesehen ich habe euch gesagt leute ich werde meinen short schließen bei bitcoin das gefällt mir nicht aber da gehen wir gleich auf den daytrading schaut darauf ein warum ich das gemacht habe noch mal für die ganzen neuen zuschauern heute mittag das video verpasst haben er stand jetzt bei bitcoin vier stunden mit dem kleinen push heute nachmittag nach oben ist eigentlich nicht viel passiert nur dass wir neues daytrading setup haben und zwar so lange wir hier drunter schließen unter den 29.500 us-dollar ja also von mir aus so schließen wir um 18 uhr das heißt wenn ihr das video seht ihr schon 18 uhr wenn wir so schließen sieht es gar nicht so schlecht aus dann hätten wir hier bloß über den kerzenschluss hätten wir wieder liquidität abgegriffen mehr nicht und somit werde der fahrplan weiterhin dass wir runtergehen übergeordnet gehe ich immer noch davon aus dass wir runtergehen auf die 28.300 us-dollar bis runter zu 27.100 us-dollar sollte dieses level nicht halten sehe ich den markt tiefer zu 25.682 us-dollar bis runter zu 23.600 us-dollar übergeordnete ziele sind hier bei 35.600 bis hoch zu 39.400 us-dollar meine primärwartung ist dass wir herunter gehen und von hier aus dem bounce nach oben kriegen aber ich habe auch schon in einem der letzten update videos gesagt bei bitcoin haben wir hier das 38 2 ja schon angelaufen bei ethereum genauso es kann sein wenn der markt extrem bullisch ist ja das habe ich schon ein paar mal gesagt auf diesem kanal wenn ein markt extrem bullisch ist dann ist eine reaktion vom 38 2 ja auch möglich und die könnte dann auch sehr explosiv werden also das heißt es kann sein ja ich halte es gerade nicht für das primärszenario aber es kann sein deswegen muss ich euch darauf vorbereiten nicht dass wir hier alle all in short gehen oder irgendwas für spiele rein treiben sondern wirklich wenn wir schauten hier den markt ja wir sind in einem klaren aufwärtstrend übergeordnet immer nur mit wenig risiko wenig kapital ja das ist mir ein anliegen an die leute weil wir wollen hier geld verdienen kein geld verbrennen ganz wichtig nicht so wie andere möchte gern trader hier auf youtube ja so daytrading setup ich habe euch heute morgen gesagt wir hatten ja hier diese interne bärische rote sequenz die habe ich gesagt die gefällt mir nicht ich habe sie auch geschlossen habe ich im letzten update video gesagt und jetzt seht ihr auch warum ich habe sie hier unten geschlossen bei 29.130 oder sowas in der art war das ich habe geschlossen habe hier gute profite mitgenommen bei 29.200 genau habe ich sie geschlossen und zwar hier wurde ausbruch hier nach oben kam wenn ich so genau weiß ja ist ja egal jetzt seht ihr auch warum wenn wir hier in einem internen bullischen level so etwas generieren ja ein hallo dann ist genau das gleiche wie wenn wir jetzt in einem bärischen level ein lower high generieren ja dann ist die wahrscheinlichkeit immer etwas erhöht dass wir dann eine kurze eine kurzweilige trendumkehr haben sehen können jetzt ist es wichtig dieses level hier die 29.461 us dollar bis 29.360 us dollar das ist das neue bärische der nächste bärische trendwerte bereich wo wir uns gerade jetzt befinden wir sollten aber auch hier jetzt meiner meinung nach wenn wir das jetzt anschauen ja wir haben jetzt dann so gesehen ein ja ihr seht hier vom 38 78 6 perfekt reagiert wieder mal das 78 6 ist halt wirklich auf so day trading setups ist das wirklich sehr sehr relevant das 78 6 es wird oft angelaufen sehr oft angelaufen deswegen setze ich mein stop loss oft oder in der regel immer über 88 2 jahren mindestens über 88 2 jahren bei day trading setups und ihr seht es auch warum ihr könnt es nach nachverfolgen auf den nachverfolgen auf den nachverfolgen schaut das 78 6 wird sehr oft angelaufen auf den day trading setups ja 15 minuten teilen für fünf minuten 30 minuten auch noch ja also perfekte reaktion jetzt muss der markt aber runtergehen und zwar schnell ja also wirklich schnell ich will jetzt nicht dass ihr hier noch zwei wochen lang hier um dümpelt entschuldigung ich habe in der fliege herum schwirren ja also es sollte in den nächsten tagen hier runtergehen zumindest mal dieses low rausnehmen bei 29.000 us-dollar und bei 28.850 us-dollar sollte schnellstmöglich innerhalb dieser einen woche wo es kommt rausgenommen werden wichtig ist jetzt für die leute falls jemand hier schaut geht dieser bereich bei 29.293 bis 29.200 us-dollar mal gucken wie der markt hier reagiert sollte hier auch eine wende einleiten könnte es sein dass er sich sogar hier bullisch aufbaut ja dann hätten wir hier higher lows und dann müssen wir aufpassen es kann sein dass der markt hier noch mal hoch geht in diesem bereich von 29.900 us-dollar bis runter zu 29.600 us-dollar und vielleicht hier das 61 8 einläuft bei 29.800 und von hier aus dann weiter abverkauft wissen wir nicht können wir nicht wissen aber es ist eine Möglichkeit es kann sein dass wir hier einfach zu wenig liquidität in den markt geholt haben und vielleicht noch mal in diesen orderblock richtig reingehen müssen ja ihr seht hier dass ich diese orderblock hier hinten bis hierhin kann sein müssen wir abwarten ich rechne nicht damit aber wie gesagt ich will jetzt dass der markt endlich mal nach unten durchzieht und nicht so ein geplänkel hier veranstaltet so zu ethereum noch jetzt übergeordnet das szenario wisst ihr alle ich erwarte ein neues tief hier in diesem bereich von 1828 us-dollar bis runter zu 1760 us-dollar sollte das hier nicht halten sehe ich den markt tiefer 1611 us-dollar bis runter zu 1432 us-dollar mein primär szenario ist aber dass wir hier runter gehen und von hier aus den bounce nach oben kriegen sie level bei ethereum sind langfristig 2500 us-dollar bis weit über 3000 us-dollar die nächsten monate eventuell sogar dieses jahr noch ja sage ich immer wieder auf diesem kanal vier stunden time frame schauen wir uns das an der markt sollte nach möglichkeit jetzt um 18 uhr wenn ihr das video anschaut unter den 1875 schließen weil dann hätten wir hier wie bei bitcoin hätten wir oberhalb von diesen kerzenschlüssen hier was wir hier noch die liquidität hatten hätten wir liquidität nur abgefischt und aber kein neues high generiert also keinen neuen kerzenschluss über diesen heiß entschuldigung leute ich diese fliege stört nervt ja also das wäre wichtig dass wir hier drunter schließen sieht momentan jetzt nicht so schlecht aus daytrading setup ihr seht schon ich habe hier euch gesagt dieser bereich wenn wir hier raus reagieren können sein dass wir ein neues GKL anlaufen und das GKL dann unser primär szenario wird zum shorten genauso war es auch wir haben sogar das GKL überschossen aber wie gesagt ethereum ist halt sehr sehr bullisch bitcoin ist auch extrem bullisch möchte man meinen aber ja trotzdem erwarte ich ein neues tief aber ihr seht schon hier auch ähnlich wie hier überschossenes B und hier auch überschossenes B aber es ist valide ich bin im trade drin ich habe meinen stop loss hier drüber gelegt und ihr seht jetzt auch warum über 88 2er ich habe mein stop loss bei 1883,15 us dollar hier drüber der markt hat sogar fast das 88 2er angelaufen und danach kam die reaktion nach unten stand jetzt sollte dieses high bestehen bleiben und wir hier tiefere tiefs ausbauen seht ihr hier das ziel level von orange liegt hier unten bei 1828 us dollar bis runter zu 1815 us dollar also es kann sein dass wir bei ethereum übergeordnet nur ein leichtes lower low machen ja 1810 vielleicht ja in diesem bereich hier nur ein stech reinstechen kurz und dann die rakete nach oben zündet das würde dieses setup hier auf jeden fall durchaus bestätigen wichtig erstmal dass wir hier dieses low rausnehmen bei 1850 und dann dieses low hier bei 1847 ja es geht immer nur in kleinen schritten aber diese lows sind die nächsten relevanten wo wir rausnehmen müssen dass wir sagen können okay wir sind höchstwahrscheinlich auf dem weg nach unten in unser trend wende bereich wo wir uns long positioniert haben ja jetzt müssen wir die reaktion abwarten sollte ich hier ausgestoppt werden muss ich dann anschauen vielleicht auch wie bei bitcoin dass wir hier nochmal ein neues high generieren ein internes die 1890 war schon schon letzte woche bei mir im gespräch oder anfang dieser woche war es sogar kann sein dass wir hier nochmal die 1890 an laufen und von hier aus dann den abverkauf nach unten kriegen diese lila box ist vollkommen legitim nach system dürfen wir sie benutzen zum schorten ja und die hat er diese ziel level hier unten bei 1810 das ist ja das wo ich den markt auch sehr ja die hat 1810 bis 1781 us dollar aber ist sie dem markt hier in diesem bereich irgendwo landen falls wir untergehen ja keiner weiß es ob wir untergehen aber das wird auf jeden fall bestätigen also dieses level dürfen wir nutzen und falls ich hier ausgestoppt werde werde ich bei 1890 einen neuen short eröffnen wenn der auch daneben geht mein stop loss liegt bei 1911 dann in dem fall sollte ich da ausgestoppt werden dann gucke ich auf jeden fall nach bullischen einsteigen weil dann kann es sein dass wir hier wirklich nicht mehr runter gehen aber gehe ich stand jetzt nicht davon aus also und es war es dann mit dem update video für heute mit dem letzten das war das letzte für heute wahrscheinlich ja doch war letzte für heute und ich danke allen für den support für die unterstützung hier wie gesagt wir stehen kurs zu den 400 membern richtig geil leute und ich würde mich freuen wenn alle wo hier dabei sind regelmäßig und nicht abonniert haben lasst einfach das kostenlose abo da es kostet nichts aber würde mich unterstützen wie gesagt ich sehe es über die hälfte weit über die hälfte wo sich die videos anschauen sind keine abonnenten schade eigentlich aber ja man kann niemanden zwingen aber wenn ihr nichts verpassen wollt dann lasst gerne das kostenlose abo da und in dem sinn wünsche ich einen wunderschönen start ins wochenende viel freizeit viel schönes wetter viel zeit mit der familie und wir sehen uns und hören uns zum nächsten update video euer jo macht es gut ciao leute